Eine neue Ausgabe SW1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Sheila Delis. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Sie sind Frauenärztin, haben ihre eigene Praxis in Wiesbaden. Sie stammen aus New Jersey, sind vielen bekannt durch ihre Videos und Bücher, durch ihre Kolumnen. Jetzt heißt es doch immer, der Ami sei prüde. Sie gelten als Jamie Oliver der Frauenmedizin, weil sie alles so tabulos angehen. Wie steht es um den prüden Amerikaner? Das ist tatsächlich gespalten. Man muss unterscheiden zwischen Prüderie, das bedeutet, ich darf keine Brüste im Fernsehen zeigen, und informiert sein. Also die Amerikanerin an und für sich ist hoch informiert über die Anatomie und über ihren Zyklus. Also das erste Buch, was ich geschrieben habe, unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper, da könnte ich im Prinzip für den amerikanischen Markt die Hälfte davon schon rausnehmen und das für den Grundschulunterricht so ungefähr nehmen lassen. Weil die es tatsächlich schon wissen. Richtig, das ist bei denen einfach gar kein Problem. Die kennen alles mit den lateinischen Namen und so weiter. Aber ja, im Fernsehen darf man keine Nippel zeigen, das ist so. Und offensichtlich hängen wir dann mit der Informiertheit hinterher, lässt sich das so sagen? Richtig. Also hier ist es eigentlich fast umgekehrt. Man geht mit dem Sexuellen hier sehr offen um. Der weibliche Körper an und für sich wird eher gezeigt. Aber die Basics, das gehört jemand anderem. Da ist jemand anderes für zuständig, da ist jemand anderes für verantwortlich. Das ist alles, das ist das, was mir auch als erstes in Deutschland aufgefallen ist, das ist alles der mysteriöse Unterleib. Alles südliche des Bauchnabels ist der Unterleib. Und was da jetzt wo ist und wofür die ganzen Organe da sind, wissen die meisten nicht. Ändert sich das denn an den Einstellungen von den Frauen, die zu Ihnen in die Praxis kommen? Merken Sie das? Dass die Patienten, die zu mir kommen, besser informiert sind grundsätzlich. Dass sie offener sind, auch vielleicht mehr Interesse mitbringen als früher. Woran liegt das oder woran lag es vorher? Ich denke, das ist eine Erziehungssache. Das haben wir alle von zu Hause mitbekommen. Oder das hat man, wenn man gerade in Deutschland hier in den 70ern, 80ern, 60ern, überhaupt grundsätzlich groß geworden ist wahrscheinlich, mitbekommen, dass man über diese Dinge nicht spricht. Wenn die Mutter die Periode hat, wird die Tür zugemacht. Irgendwann bekommt man vielleicht eine Darmbinde zugesteckt mit 12, 13. Also das sind solche Sachen. Es wird im Subtext immer kommuniziert über diese Dinge. Sprechen wir nicht. Und das sind Frauensachen, Frauenangelegenheiten. Sie machen das jetzt sehr offen, haben jetzt über die fabelhaften Wechseljahre geschrieben. Da denkt man erstmal ja, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Depressionen. Was ist daran so fabelhaft? Die fabelhaften Wechseljahre sind wirklich deswegen so fabelhaft, weil man durch diese hormonellen Veränderungen bekommt man eine einmalige Klarheit im Kopf. Man muss dafür, um das zu verstehen, so ein bisschen zurückrudern und sehen in unseren 20ern und in unseren 30ern, wo wir immer regelmäßige Zyklen haben, einmal im Monat im Prinzip schwanger werden könnten und so weiter. Und wir vielleicht diesen Familientrieb haben, wir wollen Partner haben, wir wollen vielleicht Familie bekommen, wirklich durch unsere weiblichen Hormone regelrecht durchtränkt sind in einem Zyklus. Und das verändert schon unsere Wahrnehmung, das verändert schon die Dinge, die uns wichtig sind. Und in den 40ern, wenn diese Hormone so langsam abflachen, ich sag immer, die hormonelle Vernebelung verzieht sich und man sieht vieles wirklich deutlich klarer als vorher. Wenn unsere Hormone Hollywoodstars sind und Sie nehmen diesen Vergleich, dann nehmen Sie die drei Hauptfiguren aus Charlie's Angels und machen die zum Östrogen, zum Progesteron und Testosteron. Wer hat da welche Aufgabe? Also Östrogen, das ist in dem Fall unsere Drew Barrymore, das ist ja die Engel in dem Film, die ist ein bisschen fülliger, die ist deutlich romantischer, die lässt sich eh immer von den Männern um den Finger wickeln und die ist so ganz eher weicher. Also deswegen ist Östrogen unser absoluter Hormon der Weiblichkeit. Progesteron ist in unserem Beispiel dargestellt durch Cameron Diaz, weil Cameron Diaz ist in dem Film die schlanke, sportliche, die ist super gechillt, die tanzt allein in der Disco alleine, lässt sich nicht so aus der Ruhe bringen. Und das ist Progesteron, weil Progesteron unser Hormon des Entspannens ist, ich sage immer unser Chill-Out-Hormon. Und Testosteron, das ist Lucy Liu, also die Frau mit perfekt glatten Haaren, schwarze Lederanzüge, Kung-Fu-Meisterin, super, super strukturiert im Kopf. Und das ist Testosteron, es hilft uns nämlich klare Entscheidungen zu treffen, einen guten Durchsextionsvermögen zu haben. Testosteron ist im Übrigen auch verantwortlich auch für uns für den Sexualtrieb, also unsere wunderbare Libido. Heißt doch eigentlich auch immer das Männlichkeitshormon oder nicht? Richtig, man denkt ja immer, Testosteron ist unser Arnold Schwarzenegger-Monster-Truck-Hormon. Aber es ist tatsächlich, wir Frauen brauchen das genauso. Wir Frauen brauchen genauso Testosteron, nicht in den hohen Mengen wie ein Mann. Aber das ist für uns unheimlich wichtig. Stimmt das denn, dass wir Frauen im Alter mehr Testosteron bekommen und bei den Männern ist es umgekehrt, die bekommen dann mehr Weiblichkeit im Alter? Also ein bisschen, ich würde es vielleicht nicht ganz so plakativ sagen, aber es ist eher so, dass die anderen Hormone eher abfallen. Aber Progesteron hält sich noch relativ stabil bei Frauen, werden die anderen abfallen. Also das heißt, das Testosteron gibt uns dann eher mal wirklich diese Strukturiertheit und eher mal einen größeren Libido und eher mal diesen Entschluss einfach so no nonsense, no bullshit. Und bei den Männern ist es ja häufig dann so, die haben ja eher einen sehr langsamen Testosteronverfall oder Abfall über die Jahre und dann sind die nicht mehr so ganz so aggressiv oder nicht ganz so, lassen sie nicht mehr so ganz so aus der Haut fahren vielleicht. Jetzt war ich ganz erstaunt zu lesen, dass zu den Wechseljahren so viel dazugehört. Nämlich da fängt es schon an mit der Perimenopause, dann gibt es die Prämenopause, dann die Postmenopause. Das nimmt ja überhaupt kein Ende. Also die Prämenopause sind ja die sehr, sehr leichten, sehr dezenten Veränderungen, die wir häufig spüren. Ende 30, jede Frau Ende 30 kennt das, dass sie sagt, die ist häufiger mal schlecht drauf, der Schlaf ist manchmal schlechter, manchmal aber auch nicht. Manchmal PMS, manchmal auch nicht. Das sind so ganz leichte Veränderungen schon und das gleitet nahtlos über in die Perimenopause, die ja nichts anderes beschreibt als die Jahre vor und die Jahre nach der Menopause, die ja nichts anderes ist als die allerletzte Periode. Also die Jahre vorher und die Jahre nachher. Und einfach zu spezifizieren, sagt man Postmenopause sind die Jahre dann einfach nach der Menopause, nach der letzten Periode. Und das Ganze hat nicht nur zu tun ausschließlich mit Hitzewallungen, Depressionen, Stimmungsschwankungen, da kann noch einiges mehr zu kommen. Was sind denn so Signale im Körper? Ganz oft ist es so, dass wir anfangen Symptome zu haben, während wir noch unsere Periode haben. Und das ist häufig das Fatale, weil man denkt, das kann die Wechseljahre ja gar nicht sein. Ich habe ja noch regelmäßig meine Periode. Der Klassiker sind Schlafstörungen, dass man anfängt ab nachts, ab vier, ab fünf Glocken wach zu sein und man liegt im Bett und denkt über allen möglichen Quatsch nach, was überhaupt nicht relevant ist. Und schläft dann ein, wenn der Wecker losgeht. Das können durchaus Stimmungsschwankungen sein, bis hin zu Depressionen. Also es müssen nicht richtige Depressionen sein, aber einfach nur, dass man den Partner nicht mehr sehen mag, will. Und natürlich auch Libido-Schwankungen von keine Lust bis gibts mehr Baby. Also alles dabei. Können Sie das beurteilen, weil da auch viele Nachfragen kommen. Wir sprechen über die Wechseljahre. Gibt es die ausschließlich nur bei Frauen oder auch beim Mann? Die Wechseljahre und diese Intensität, wie Frauen das erleben, haben tatsächlich nur Frauen. Also wir Frauen verlieren nach unserer letzten Periode innerhalb von anderthalb, zwei Jahren so circa 90 Prozent unserer hormonellen Versorgung. Das ist schon krass. Beim Mann, der verliert auch aber mit den Jahren. Es ist sehr, sehr, sehr viel sachter und gemächlicher erleben sie einen Hormonabfall. Und so krass wie bei den Frauen jetzt nicht so ganz. Es ist nicht so ganz mein Spezialgebiet, die Männern ihre Hormone. Da lässt sich dann auch noch ein Spezialist finden. Das werden wir dann auch noch zum Thema machen. Sie schreiben aber explizit über die Ungerechtigkeit in der Frauengesundheit. Wo haben Sie die erlebt? Ich erlebe die eigentlich dauernd. Ich erlebe die mit einer unheimlichen Selbstverständlichkeit, mit der über die weiblichen Bedürfnisse hinweggegangen wird. Ich erlebe das eigentlich ganz basic in meiner Facharztausbildung allein, dass ganz viele Themen überhaupt keinen Raum haben in unserer Facharztausbildung zum Gynäkologen. Das ist auch viele Leute überrascht. Also wir lernen nicht über die Wechseljahre. Wir lernen kaum was eigentlich fast vernachlässigend über die weibliche Sexualität. Der Aufbau der Klitoris beispielsweise, die Anatomie, solche Dinge. Das sind Dinge, die einfach nicht wichtig sind. Dass das zu Ihrem Spezialgebiet wurde, kam das durch persönliches Interesse und Zusatzausbildung oder wie haben Sie sich dieses Wissen angeeignet? Es kam absolut durch zusätzliches Interesse. Eigentlich der Auslöser war eigentlich damals auch gerade für die Hormone, weil eine amerikanische Patientin zu mir kam und sagte, sie schwitzt, sie fühlt sich kacke, sie hat keine Lust mehr auf Sex. Sie war Mitte 40 und hat gesagt, was gibt es da draußen für uns? Was gibt es für Lösungen? Und ich konnte irgendwie nur mit den Schultern zucken und sagen, ja, es gibt vielleicht was Pflanzliches so, aber was anderes gab es nicht auf dem Markt. Sie ist dann recht enttäuscht gegangen und das hinterlässt sowas immer so ein sehr, sehr mieses Gefühl. Wo man irgendwie denkt, das kann doch nicht sein. Und dann fing ich an zu recherchieren. Und je mehr ich recherchiert habe, fühlte ich mich wie Alice im Wunderland, die sozusagen in Hasenloch runtergegangen ist, wo ich gesagt habe, boah, komplette Welt hier unten, von der keiner weiß. Und ja, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Über die Lösungen wollen wir jetzt sprechen. Was gibt es denn? Es gibt ja nicht das eine Rezept, sondern jede Frau ist ganz individuell, hat damit ihre eigenen Herausforderungen. Was gibt es für Lösungen? Was ist das, was am häufigsten vorkommt? Was am häufigsten vorkommt, sind Symptome, die bekämpft werden wollen, sagen wir mal so. Im Prinzip geht es darum, dass wir die Hormone wieder artgerecht, humangerecht ausgleichen. Das ist das A und O. Ohne, wenn wir das nicht machen, haben wir keine Chance, uns gut zu fühlen. Geht das über einen natürlichen Weg? Welche Wege gibt es? Das wird jetzt ein bisschen überraschen. Also der Weg ist zwar natürlich, aber es geht über Hormone. Also es sind natürliche Hormone. Keine Pflanzenhormone, keine Phytohormone, keine homöopathischen Geschichten, sondern wirklich Hormone, die aus einer gewissen Pflanze gewonnen werden, aus der Pflanze Dioskenin. Und die werden in der Pharmazie hergestellt und in der Apotheke verkauft. Das heißt, ich muss aber regelmäßig meinen Hormonspiegel checken lassen, um zu wissen, was fehlt mir gerade, wo muss ich ausgleichen? Unbedingt, unbedingt. Das ist etwas, diese Kultur des Hormonspiegelcheckens ist in Deutschland nicht so weit verbreitet. Aber es gehört dazu, wenn man dabei ist, sich den Hormonspiegel auszugleichen. Wir machen das ja auch, wenn wir jemanden Insulin mit Diabetes, also mit Insulin einstellen, machen wir auch regelmäßige Checks, um zu gucken, wo ist der Iststand, wo muss ich da ein bisschen austarieren. Und das müssen wir mit den Hormonen genauso machen. Wie checke ich den? Geht das nur über Blutabnahme? Es geht über Blut, es geht auch über Speichel. Diese zwei, es gibt Leute, die sagen, Speichel ist besser, es gibt andere Leute, die sagen, Blut ist besser. Ich glaube, jeder Weg hat seine Vor- und Nachteile. Und ich glaube nicht, dass sie sich so auseinander entscheiden, also so wie es jeder Arzt für richtig hält. Es würde aber nicht funktionieren, wenn jemand sagt, ach, ich kenne meinen Körper so gut und weiß ungefähr, welches Hormon mir gerade fehlt. Gibt es das auch? Das gibt es tatsächlich auch, wenn man routiniert ist. Also wenn man routiniert ist in der hormonellen Einstellung mit sich selber, dann weiß man irgendwann mal, okay, ich schwitze jetzt ein bisschen mehr, mir fehlt wieder ein bisschen Östrogen oder ich bin ein bisschen mehr genervt. Ich glaube, mir fehlt ein bisschen Progesteron. Wenn mir das persönlich auch so passiert, dann ich versuche das auch selber ein bisschen auszutarieren und dann lasse ich mir dann schon Blut abnehmen und sage, ach, guck mal, ob mein Gefühl mir recht gibt oder ob es getrogen hat irgendwie. Wie können wir uns das vorstellen? Sie haben drei Gläschen zu Hause stehen und geben dann immer ein paar Tropfen dann davon rein, was Ihnen gerade fehlt. Wie sieht das aus? Ja, so ein bisschen. Also es gibt Hormone in ganz vielen transdermaler Formen, das heißt, das schmiere ich mir auf die Haut und nur das Progesteron, das gibt es als Kapsel, das muss man schlucken. Das ist so. Es wären es, Leute, heute Vormittag mit Sheila Delees. Viele Nachfragen von den SW1-Hörerinnen und Hörern erreichen uns. Tina Lembeck zum Beispiel sagt, ich habe gerade verstanden, Hormone ausgleichen. Ist es überhaupt gut, etwas auszugleichen, wenn es natürlich nicht mehr vorgesehen ist? Ja, ich liebe ja diese Frage. Ich sage immer, die Natur ist ja nicht immer nett. Also Covid-19 ist ja auch Natur und Tumore im Kindesalter sind auch Natur. Und wir haben ja, wenn man von der Natur aus vorgesehen, sollten wir ja eigentlich mit 60 schon tot sein. Und wir bringen uns trotzdem alle nicht mit 60 um, weil es die Natur so will, sondern wir arbeiten ja sonst auch aktiv dagegen. Wir stehen an einem einzigartigen Punkt in unserer menschlichen Entwicklung, dass wir Frauen, also dass wir generell, aber dass wir Frauen mit 50 so viel gesünder und fitter sind, als unsere Mütter und unsere Großmütter waren. Und dennoch bezieht sich die Frage vielleicht auch darauf, man hört ja so vieles über Hormone, die können teilweise Krebs auslösen, die sind nicht ganz ungefährlich. Also insofern ist die Frage ja durchaus berechtigt. Wie also umgehen mit den Hormonen, die man zugibt? Also Hormone lösen generell keinen Krebs aus. Das ist ein Irrglaube, muss man ehrlich sagen. Wenn jemand Brustkrebs hat, was auf Hormone empfindlich reagiert, dann wird es eher zum Wachstum angeregt. Aber in einer vollkommen gesunden Brust kommt kein Krebs, nur weil jemand Hormone in sich hat, weil er zum Beispiel die Periode hat oder Hormone natürliche nimmt. Betonung mal wieder auf natürliche. Also ich spreche immer von den bioidentischen Hormonen. Das bedeutet ein Hormonpräparat, wo die Molekularstruktur identisch ist zu dem, was der Eierstock produziert hat. Und das ist genau der Unterschied. Und da liegt die Lösung. Sind alle Ärzte und Ärztinnen darauf geschult? Wissen die das? Denn es gibt ja häufig auch, das schreiben uns einige Hörerinnen, auch Unverständnis seitens der Frauenärzte. Das ist ein Riesenproblem tatsächlich. Viele Frauenärzte, viele meiner Kollegen interessieren sich jetzt nicht so sehr für das Thema. Und möchten sich auch, und da muss ich auch meine Kollegen auch ein bisschen in Schutz nehmen, diese Diskussion einfach vom Hals halten. Sie müssen gegen Irrglauben andiskutieren, sie müssen gegen einen Beipackzettel diskutieren, sie müssen gegen Internet diskutieren. Und viele haben einfach vor diese ganze Diskutiererei bei ihren vollen Praxen einfach kapituliert und sagen einfach, nehmen Sie keine Hormone, das brauchen Sie nicht. Das ist aber generell falsch, weil die Frauen leiden dadurch. Und wir wollten noch das Thema ansprechen, dass jedes Jahr hunderttausende Frauen unvorbereitet in die Perimenopause gehen. Was hat es damit auf sich? Das ist natürlich, dass wir alle weltweit, wir müssen unsere Mädels aufklären, wenn sie in die Pubertät kommen. Das wissen wir alle. Aber dass diese zweite hormonelle Umstellung nimmt uns niemand beiseite. Nimmt uns niemand beiseite und sagt, pass mal auf Mädchen, das kommt auf dich zu. Seien da und darauf vorbereitet, achte bitte da und da drauf. Das kann passieren. Stattdessen ist ein Mantel des Schweigens, wird über alles gelegt. Und das ist grauenhaft. Sie beschreiben da ein Beispiel von der US-Moderatorin Oprah Winfrey, die plötzlich Herzrhythmusstörungen hat. Was passiert dann? Ja, das ist total typisch. Oprah hat Herzrhythmusstörungen, hat regelmäßig die Periode. Keiner weiß, was es ist. Die ganzen Kardiologen von USA rätseln. Keiner weiß, was es ist. Keiner weiß, warum sie es hat. Und dann sagt ihr Fitnesstrainer, vielleicht sind es die Wechseljahre. Und sie sagt, das kann nicht sein. Ich habe regelmäßig meine Periode. Und dann hat sie aber angefangen, sich damit mit dem Thema zu befassen. Hat eine Spezialistin gefunden, hat ihre Hormone eingestellt und nach einer Woche waren die Beschwerden weg. Und das zeigt uns wirklich, du kannst Oprah Winfrey sein, du kannst Geld haben. Und trotzdem hat keiner auf dem Schirm, hey, die Wechseljahre können ein Sammelsurium an Beschwerden auslösen, die nicht nur gynäkologisch sind, sondern den ganzen Körper betreffen. Sheila Delis ist zu Gast in SW1 Leute. Wir sprechen über die Wechseljahre, die als Tabuthema gelten und alles rund um Frauengesundheit. Und da meldet sich Doris Christiane Schmidt und die sagt, Mensch, leider wird das Klischee in der Sendung bedient. Männer können immer und Frauen haben durch Menopause keine Lust. In Wirklichkeit lassen viele Männer schon ab 40 durch Testosteronverlust, Übergewicht sexuell nach. Und Frauen macht Sex dann oft keinen Spaß mehr. Nur wird darüber nie gesprochen. Sheila Delis, wie ist es? Ja, das ist, finde ich super, dass das angesprochen wird, weil es tatsächlich ein Problem ist. Also bei vielen Männern ist es wirklich ab 40 so, dass sie langsam anfangen, gesundheitliche Probleme zu bekommen. Die Erektionsqualität ist häufig einfach nicht mehr die, die war mit 20. Die Häufigkeit des Sex ist nicht mehr so sehr. Und Männer sind häufig da einfach erschöpft. Und darüber redet wirklich keiner. Und Frauen haben vielleicht wirklich keine Lust auf Sex mit ihrem Mann, aber vielleicht dann doch irgendwie eher Lust auf Sex. Vielleicht generell schon, aber vielleicht nicht mit dem Partner, den sie die ganze Zeit hatten. Und da kommen die Sextoys ins Spiel oder welche Lösung gibt es da? Ja, da gibt es alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Also Sextoys, es gibt die Möglichkeit des Hausfreunds, was in früheren Jahrhunderten wohl irgendwie gegangen und gäbe war. Und in früheren Zeiten, dass man gesagt hat, die Frau hat irgendwie einen kleinen, keine Ahnung, Tennislehrer, sonst irgendwas. Diese Dinge existieren nach wie vor. Spielt der Mann aber nicht so gerne mit dann? Nee, das denke ich mir. Also ich sehe das aber in der Praxis durchaus häufig, dass gerade ältere Frauen sich, also nicht unbedingt jetzt Ehebruch begehen, aber dann schon jüngere Liebhaber haben. So mit Mitte 30, Ende 30, sowas sind die. Und die selber sind so Mitte 50, gibt es oft das Modell. Was könnten die Männer tun? Ernährungsumstellung ist ja in den Wechseljahren bei den Frauen ja auch gleichermaßen häufig eine Empfehlung. Ich denke mal, dass erstmal den Mut darüber haben, das anzuerkennen und deswegen zum Arzt zu gehen, einen Arzt aufzusuchen. Es gibt ja für Männer ja auch Möglichkeiten. Es gibt aber für Männer tatsächlich nicht so ein Lobby. Also ich meine, welcher Mann mit 42 will zugeben, dass seine Erektion nicht mehr das war, was sie war mit Mitte 20. Die wissen gar nicht, wo sie hingehen sollen. Und ich glaube, es ist wichtig, vielleicht in diesem Zusammenhang den Männern auch wirklich Mut zu machen, zu sagen, hey, man kann was tun, hol dir Hilfe, es tut nicht weh, geh immer zum Arzt und lass dir einfach mal ein paar Tipps geben. Ist ja nicht schlimm. Das Thema wird, glaube ich, auch mehr und mehr offen behandelt. Es gibt jetzt zum Beispiel im November sogar einen Online-Wechseljahreskongress und da werden dann Männer und Frauen gleichermaßen eingeladen. Also vielleicht können auch solche Dinge und solche Angebote Möglichkeiten sein. Weiter zu den Fragen, die uns erreichen. Aus Waldkirch von Raffaela. Und sie schreibt, es wäre vielleicht wichtig zu erwähnen, dass Hormontests nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Kostet zwischen 120 und 180 Euro. Auch die Hormonmedikamente werden nicht bezahlt. Ist es richtig? Es ist nicht ganz richtig. Also die Hormontests werden zum Teil beim Hausarzt bezahlt. Ob sie jetzt in dieser Häufigkeit, wie man sie benötigt, um eine hormonelle Einstellung korrekt zu machen, nämlich so alle sechs bis acht Wochen erst mal am Anfang. Das könnte ein bisschen schwierig werden, dass der Arzt Probleme bekommt mit seiner kassenärztlichen Vereinigung. Dass es dann heißt, warum machst du so viel Blutentnahmen? Das kann schon sein. Also dass die Frauen auf den Kosten der Blutentnahmen sitzen bleiben können, das kann sein. Dass die Medikamente oder die Hormone nicht bezahlt werden, ist falsch. Also die werden alle von den Krankenkassen bezahlt. Das müssen aber die richtigen Sachen sein. Also es gibt ja ein bisschen diese Vorstellung, dass es diese, es gibt bioidentische Hormone über alternative Quellen. Es gibt sie aber auch stinknormal aus jeder Apotheke an der Ecke. Und die können ganz normal auf rotem Kassenrezept verordnet werden. Das ist kein Problem. Was passiert, wenn man einen Tampon im Körper vergisst? Meistens passiert nicht so viel, wie man primär mal befürchten könnte. Es fängt dann irgendwo mal an zu riechen und komischen Ausfluss zu machen. Das ist erstmal eigentlich der häufigste Fall. Dass eine Patientin zum Frauenarzt kommt und sagt, ich habe so komischen riechenden Ausfluss. Und die letzte Periode war vier Wochen her so ungefähr. Und dann als Gynäkologe stellt man fest, oh, da ist ein Tampon in der Vagina. Es ist dann meistens den Frauen total peinlich, weil man sich fragt, wie kann man das vergessen? Also normalerweise passiert da nichts Schlimmes. Dennoch gibt es extremst seltene Fälle. Das ist wirklich extremst selten. Und das kommt wirklich super selten vor. Ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass was ganz Schlimmes passiert, das nennt sich Toxic-Schock-Syndrom. Da kriegt man eine verallgemeinerte Vergiftung, das auch tödlich ausgehen kann. Ist sehr selten. Das ist so wahrscheinlich, wie wenn Sie in einen Linienbus einsteigen und neben Ihnen sitzt Dieter Bohlen. Also es könnte passieren, aber es ist extrem selten. Beides will man nicht. Ja, deswegen. Also wenn man einen Tampon über Nacht oder zwei Tage drin vergisst, muss man nicht, wenn man bis dahin nicht krank ist, wird man auch nicht krank. Das ist eine der Fragen, die Sie auf Ihrem YouTube-Kanal oder in den Kolumnen beantworten. Sind das Fragen, die Sie sich immer ausdenken oder stellen die Ihre Patientin und Sie sagen dann, ach, könnte ich ja mal eine Kolumne rausmachen. Das sind reelle Fragen. Das sind reelle Probleme, reelle Fragen, die immer wieder und immer wieder und immer wieder vorkommen. Und das war für mich auch primär mal der Grund, auch an die Öffentlichkeit, in die Medien zu gehen, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass es so viele basic Dinge gibt, die total einfach zu erlernen sind, die jeder erlernen kann. Man braucht nur jemanden, der es ihnen einfach erklärt. Können Sie vielleicht auch Marianne helfen? Die hat geschrieben, ich habe eine Frage an die Gynäkologin. Ist ein bestimmtes Hormon dafür verantwortlich, wenn meine Genitalschleimhäute quasi zusammenwachsen, verkleben? Könnte ich das mit Einnahme eines einzigen Hormons rückgängig machen? Ich weiß, wovon sie spricht. Das ist ein Zustand, der sich einstellt bei sehr lang bestehendem Hormonmangel und zwar mit dem Östrogen. Man muss ganz frühzeitig anfangen mit einer östrogenhaltigen Salbe die Vagina zu behandeln. Sonst bekommt man eine sehr, sehr krasse Ausdünnung der vaginale Schleimhäute. Das nennt sich vaginale Atrophie und dieser Zustand befällt tatsächlich sage und schreibe fast 60 bis 70 Prozent aller Frauen. Das klingt ja gruselig. Ja, das ist eigentlich eine Volkskrankheit, worüber keiner spricht. Und manche haben das nicht ganz so schlimm, aber manche haben es extrem und das, wie die Dame es beschreibt, hat es sogar derart extrem, dass der Körper da schon dagegen ankämpft und deswegen versucht, alles zu verschließen. Was kann sie jetzt als erstes tun? Sie sollte als allererstes zu einer entweder Dermatologin gehen oder Gynäkologin gehen, die sich damit auskennt, aber sie braucht noch Hormonsalbe, am besten gestern. Eine rückgängige Verklebung, eine Rückgängigkeit der Verklebung kann man nicht mehr machen. Also das, was verklebt ist, ist zerstört, aber sie kann verhindern, dass mehrere Beschwerden noch hinzukommen. Eine Frage, die ganz häufig gestellt wird, unter anderem aus Schwäbisch Hall von Uli, Muskelbeschwerden und Gelenkschmerzen in der Menopause. Dankeschön, dass diese Frage kommt. Klasse. Also diese sind, es kommt so häufig vor, dass man Muskel- und Gelenkschmerzen bekommt in den Wechseljahren. 20 bis 30 Prozent der Frauen haben das als einziges Wechseljahressymptom, sogar nicht Schwitzen, nicht Depression, nicht Schlafstummen, sondern nur Muskel- und Gelenkschmerzen. Und das kommt nur von den Hormonen. Und es kann alles vorkommen, wenn man die Periode noch regelmäßig hat. Sheila Delis zu Gast in SWRNs Leute. Wir wollten darüber sprechen, wie Ärztinnen und Ärzte mit diesem Thema Wechseljahre umgehen und die Bereiche, die wir eben auch schon angesprochen haben. Das scheint bei vielen gar kein Thema zu sein. Warum? Also oft ist es so, dass die Hormone, dass viele sich mit den Hormonen nicht so auskennen und auch die Bereitschaft, auch die Patienten aufzuklären, nicht da ist. Oft ist es dann einfach so, weil die Zeit fehlt. Aber es hat trotzdem verheerende Folgen. Also ein Paradebeispiel ist wirklich die sogenannte vaginale Atrophie. Also die Vaginal-Schleimhaut-Verfall. Es ist keine Trockenheit. Ich hasse dieses Wort. Überall in der Werbung, ja, trockene Scheide. Nein, die ist nicht trocken. Die Scheidenschleimhaut wird dünn. Die wird dünn wie ein Taschentuch und die tut schweinemäßig weh beim Anfassen. Sex ist schmerzhaft bis nicht mehr möglich irgendwann mal. Irgendwann wird man undicht beim Husten, Lachen und Niesen. Also die Harnröhre ist dran. Man hat dauernd Harnwegsinfekte. Und all das kommt wegen einem lokalen Hormonmangel in der Vagina. Und das Verheerende ist, wir Gynäkologen, wir sehen ja das Problem, bevor die Patienten das spüren. Das heißt, es wäre ja eigentlich unsere Aufgabe, so zu fungieren als so eine Art Zahnarzt für die Vagina, dass man sagt, passen wir mal auf, Sie haben da schon eine kleine Veränderung. Fangen wir da jetzt bitte mal an, die Vagina wirklich artgerecht mit Hormonen zu versorgen, um das Ganze zu verhindern. Ist absolut logisch. Wird es gemacht? Nein, das wird nicht gemacht. Weil diese Erkrankung der vaginalen Atrophie, die wirklich, wie gesagt, fast 70 Prozent aller Frauen betrifft nach den Wechseljahren, die ist völlig unbekannt. Das heißt, ich muss in meiner Sprechstunde so eine riesen Kiste aufmachen und anfangen zu erklären, Sie bekommen eine Erkrankung. Das haben aber fast alle. Das kann man aber verhindern, indem Sie das und das machen. Da sind die Patienten erst mal geflasht und sagen, wie, wo, was? Habe ich noch nie was von gehört. Und das sind riesige, riesige, fatale Wissensmangel, weil der vaginale Schleimhautverfall hat einen immensen Impact auf unsere Gesundheit später. Immens. Es unterscheidet, ob man später die Tenaledi tragen muss, später Windeln tragen muss oder nicht. Entschuldigung, ist es nicht Ihr Job als Arzt, darüber aufzuklären oder bin ich da naiv? Es ist natürlich unser aller Job. Es ist aber bei vielen Frauenärzten, gerade die ältere Generation, muss ich leider sagen, denen ist das nicht wichtig. Also als ich meine Praxis übernommen habe, hat man mir sozusagen einen Praxisschlüssel in die Hand gedrückt mit den Worten, wenn die Frauen Probleme haben mit vaginale Atrophie, sagt man, ja Gott, ich schätze, die werden halt alt. Ist halt so. Also das wird vielen Frauen heutzutage genauso kommuniziert. Genau so. Ist das nicht ein Skandal? Es ist ein absolutes Skandal. Absolut. Ich habe Patienten, die zu mir kommen, die gesagt bekommen haben, was wollen Sie noch mit Sex? Sie sind ja schon Mitte 50. Und auch generell, dass es eine Erkrankung gibt, was 70 Prozent aller Frauen jenseits der 50 betrifft. Und keiner weiß darüber. Es ist Wahnsinn. Sie sind ja jemand, der auch in die Öffentlichkeit geht. Sie halten Vorträge darüber. Was erleben Sie denn da, wenn Sie Vorträge zu diesem Thema halten? Also ich habe da ein Schlüsselerlebnis gehabt vor vier Jahren. Also das war 2016, habe ich einen großen Vortrag gehalten vor Kollegen, aber auch allerdings aus anderen Fachrichtungen über die Vaginale Atrophie. Und in der Pause hat man mich belächelt und Witzchen gemacht. So mit, ja, 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 ist alles Atrophie. Hü, 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 hü. Und das so ein bisschen ins lächerliche gezogen. Und ich denke immer, wenn es eine Penis-Atrophie gäbe, dass die Eichel anfangen würde zu jucken, zu schrumpfen, weh zu tun und es tut weh beim Pinkeln und so weiter. Ich glaube, da hätten wir schon längst eine Problemlösung gefunden. Schon längst. Liegt es dann daran, dass wir Frauen zu wenig darüber reden? Absolut. Also dieses Problem ist ja jetzt nichts Neues. Aber die vorherigen Generationen schämen sich. Die haben da nicht drüber geredet. Die reden nicht miteinander darüber. Also wenn die Ursula und die Gisela auf dem Golfplatz stehen und die Ursula sagt, du meine Scheide tut so weh und ich mag keinen Sex mehr haben, sagt dann die Gisela, sagt dann, nee, diese Probleme haben wir nicht, bei uns ist alles gut. Weil keiner darüber reden will. Ich muss so viele ältere Frauen gerade aufklären und sagen, sie sind nicht allein. Das hat fast jede Frau in ihrem Alter. Leider. Also meine Patienten jetzt nicht, weil ich die alle behandle, aber das ist was Gengis. Sheila Delis, zu Gast in SW1-Leute. Ihrem Namen hört man es schon an. Sie kommen nicht aus Deutschland, sondern aus New Jersey und sind als Teenager nach Deutschland gekommen. Was hat Sie hierher geführt? Das war tatsächlich meine etwas rastlose Mutter, die uns an den Haaren gepackt hat, irgendwann mal gesagt hat, so wir ziehen jetzt nach Europa. Die hatte keine Lust mehr auf USA. Mein Vater war Portugiese, daher der Nachname Delis. Und Sheila, weil wir eine Babysitterin hatten, die irgendwie auf den Namen stand. Also ich bin die Dritte von uns drei. Also ich glaube, das erste Kind, macht man sich sehr viele Gedanken wie dem Namen der Zweite, auch noch ein Dritter, haben die halt gesagt, okay. Das, was übrig bleibt. Genau, richtig. Und da hat meine Mutter uns dann einfach nach, wir sind erst nach Frankreich gezogen tatsächlich, haben in Paris gelebt, erst mal ein Dreivierteljahr. Und dann mochte meine Mutter es da auch nicht mehr und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Und dann waren wir hier. Was hat Sie besonders geprägt? Also Ihre Mutter scheint ja sehr rastlos gewesen sein. Haben Sie das gewesen zu sein? Hat Sie das, haben Sie das übernommen? Was mich sehr geprägt hat, ist auf alle Fälle, meine Mutter ist super tough. Sie ist eine unheimlich toughe Frau. Also die hat Eier, die sind größer als die der meisten Männer fast. Und ich glaube, sie hat mir immer gesagt, du schaffst das. Sie hat mir immer gesagt, du kannst alles machen, was du willst. Weil sie hat mich auf die deutsche Schule geschickt und ich konnte kein Deutsch. Also man würde meinen, wenn man eine deutsche Mutter hat, wächst man zweisprachig auf. Also in den USA war das eine Zeit lang sehr verpönt, zweisprachig groß zu werden, weil es hieß, es verwirrt die Kinder. Also alle mexikanischen Einwanderer sollten zu Hause nicht mal Spanisch sprechen und so weiter. Und wir sollten also auch zu Hause nicht unsere Mutter sprechen, also die Sprache unserer Mutter sprechen. Insofern nur mit Englisch sprechen, dann nach Deutschland gekommen, direkt in die deutsche Schule. Und meine Mutter hat immer gesagt, du schaffst das, du schaffst das. Und hat in mir einfach dieses, die Sicherheit oder ein Gefühl der Selbstbewusstsein einfach ganz, ganz früh geweckt. Du schaffst das, weil wenn du das nicht schaffst, wer soll das denn sonst schaffen? Und das war dann so. Ihre beiden Schwestern sind zurück in die USA gegangen. Hatten die Heimweh? Ja, eigentlich ja. Also meine eine Schwester ist zurückgegangen ursprünglich wegen der Liebe und ist dann Flugbegleiterin geworden. Jetzt für die Delta ist sie immer noch, Gott sei Dank. Und meine andere ist jetzt erst kürzlich mit ihrem deutschen Mann und ihren deutschen Kindern nach Florida gezogen. Und es hat sie immer ganz, ganz vieles in Deutschland hier gestört. Unter anderem das Wetter, unter anderem auch die Mietpreise in München. Die hat sie fertig gemacht. Jetzt wohnt sie in Orlando und zieht jeden Tag kurze Hose an und ist happy. Was hat Sie so begeistert dann für die Frauenmedizin? Wie ist die Entscheidung gefallen? Ich stand bei meinem Hausarzt in seiner Praxis, der bis heute mein Hausarzt ist, Dr. Ditte, du weißt, du bist der Beste. Und ich habe gedacht, sowas willst du auch machen, aber nicht unbedingt mit älteren Menschen, sondern mit Frauen. Also ich bin ja mit Frauen groß geworden, also meine zwei Schwestern und meine Mutter. Wir waren halt so ein Frauenpaket irgendwie und ich habe gedacht, ich will Frauen als Patienten haben und die Gynäkologie ist so besonders, weil man hat Frauen aus jeder Altersgruppe von 14 bis 94. Man hat nicht nur Kranke dabei, sondern auch die Geburten, die Schwangerschaften. Das ist halt, das ist toll. Und du kannst im Prinzip jemanden begleiten vom 15. Lebensjahr bis spät. Also das ist schon toll. Sie stehen für tabulose Aufklärung. Sie sind sicherlich auch für viele Frauen ein Vorbild. Was möchten Sie jungen Frauen mitgeben? Ich will jungen Frauen auf alle Fälle mitgeben. Achtet darauf, mit wem ihr euer Zeit verbringt. Achtet darauf, wie ihr euer Zeit verbringt. Achtet auf eure Ausbildung. Extrem wichtig. Achtet darauf, einen Beruf zu erlernen, was du nachher unabhängig von einem Mann ausführen kannst, weil das vielleicht so kommen wird. Das finde ich extrem wichtig. Ich finde es wichtig, den Frauen auch oder den Mädels auch wirklich zu stärken und zu sagen, lass dir nicht von jemandem schlechte Gefühle machen wegen deinem Körper, wegen deiner Sexualität, egal was. Lass es nicht zu. Und Sie sind Mutter von zwei Kindern, Junge und Mädel und das Mädel gerade in der Pubertät. Und was sagt die zu all den Vorsätzen, die Sie gerade genannt haben? Meine Tochter lebt das, ohne dass ich ihr das jemals sagen musste. Die ist selbstbewusst, die ist klasse. Die ist wirklich, also ich wäre gern so als Teenie gewesen, muss ich echt sagen. Die macht das richtig super, muss ich echt sagen. Herzlichen Dank für den Besuch in SRNs, Leute. Vielen Dank auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.